Wer ist denn klein, du Keck? Äh! Riesenschlange! Aaaah! Ich war so kurz aufgeregt, ich hab gegensteuert und müde! Einfach so lange kein Paladin's mehr gezockt. Oh Leute, das ging aber schnell! Alter, Prügelei! So macht man das! So Kecki! Alter, der rennt noch! Der wollte abhauen, der Keck! Ist schon eklig, wenn man so weggespraykt wird. Iiiihihi! Ey, was isch denn des? Das leck oben dieser... Was isch denn des? Was isch denn des? Not yet! Ey! Was macht eigentlich noch der Heiler? Weiß ich nicht! Nice shot! Oh! 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 Oah! Oh! Oh! Oh... Oh.. Oh! 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 Was the fuck geht? Mach mal halblang! Ah, komm! Let's go! Victory! Wir haben schon einen Sieg hinter uns. Ja, sehr schön. Ich hab diese tunkte Dinger, weißt? Alter! 400 Dinger, dann Punkte. Ey, Paz, hast du gesehen, wie ich reingesprayt hab? Ja, hab ich gesehen, aber ich hab mehr Schaden gemacht als du. Äh, als ob. Nein. Du hast gerade mal 2000 mehr Schaden als ich. Ist aber gut. Nein. 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 die wir sind da war auch nicht das habe ich getan ich habe ich nichts getan nächste gar nichts dann kein Ding aber das fackt mich so ab, die haben gleich alle Bung da, Alter immer ungünstig wenn jemand reinkommt, ey Die Mai wieder da. Ja. Springflor. Neve. 40 bis zum Sieg. Ach, das ist Paul. Das ist, das ist, das ist das Point-Spiel, wo wir die Points verteidigen müssen. Oh, die Points eigentlich. Was? Schon mies, ne? Wenn man die ganze Zeit das Mord kriegt. Oh, das ist ein bisschen besser. Züks! 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 Nein! Züks! Ich bin in einer Bracke selber in den Graben reingeflogen. Alter! Züks! 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 Wir sollten mal ein bisschen aufpassen. Bies! Rampage! Die sterben grad die ganze Zeit. Die sterben grad die ganze Zeit. Ich bin aufzeigen, dass der rein Baden reingeflogen ist. ...weiter gezogen ist. ...und am Samstag noch mal die Scheiße. Ich bin gerade konzentriert Ja, missgemerkt Kein Stress, keine Frage Level 61 Konto, geil Äh, 61, 81 Ich bin kurz ein bisschen verschwänzt So, was kann ich denn da für Aufgaben machen? Was? 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 Easy! Victory! Bist ihr fertig, Maureen? Ja, ich bin fertig Einfach, einfach alle weggeholt Dann ladet mich mal ein Mache ich Gut Alter, das war ja echt nicht mehr wahr Gerade die ganze Zeit die Leute weggekloppt hier Ja, ich bin da Geil, Alter Sehr schön Farsi, wir haben das richtig geil runter gespielt gerade Oh Aber dieses ganze drumrum, Alter Junge, Junge Ging ganz schön zu gerade Also, Bomber King Maureen, dein, dein Sprachschöte sagen Select your champion Achso Customize your champion Achso Ich muss aus gleich Leave Wir brauchen Schaden Wir brauchen Schaden Maureen Ja, ich such den gerade Wo ist denn der? Ach, den habe ich noch gar nicht freigeschaltet Ja, dann kann ich das richtig Scheiße Ja, dann Wir haben noch schon alles Dann nehme ich Vivian Schade Hab den spielstum geschaltet Ja, ich werd den spielstum geschaltet Ja, ich mach den spielstum geschaltet Bra revis Sprach-z-d-aktiviert Ah, Sprach-z-aktiviert Nein, hallo Oh nein Jetzt wollte ich gerade Den Sprach-z-de-aktiviert Ey, hab mich eh gerade stumm geschaltet Ja, alles gut Mach ich sowieso gleich Oh, das ging nicht. Warte kurz. Alter. Bester Augenblick für sowas. Komm, Padre. Ich glaube, ich nehme wieder springen, Flo. Das war letzte Runde so geil. Spring, du Flo. Spring. Kennt ihr das? Er hat ein bisschen irgendwie im Rücken. Nee. Ja. Ich habe hier ein bisschen im Rücken-Schmerz. Das weiß ich. Ich nicht. Kann man da eigentlich noch irgendwas machen? Harin, mach deinen Sprachchat aus. Ja, kann ich jetzt kurz... Nein, könnt sie nicht. Doch. Ich muss kurz die Tür öffnen. Ich habe leider die PS4 nicht bei mir im Zimmer. Schön wäre es. Sprachchat. Deaktivieren. So, du müsstest deaktivieren. Jetzt geht's los. Klopperei. Oh, hier hast du sogar die Map, die ich mag. Geiler Scheiß, Alter. First Blood. Und down. Oh Gott. Habt ihr gesehen, wie ich da geflogen kam gerade? Ja. Oh Gott. Was ist los, Bruder? Jo. Verschalte kack Hand, Alter. Verzieh dich. Double Kill. Erstmal Heilung. Du hast doch Heilung. Beschwer dich nicht. Ja. Oh, warum greift denn der immer mich angefühlt? Geh'n die da, du. Ist schon dauernd gehalten werden will ich, da muss nur in meiner Nähe bleiben. Ich bewege mich ja rund um. So macht es Bock, Alter. Ich habe forgot, Alter. Ich bin wöge dich. Ich habe in Ordnung, sprach dich nicht. Ich habe in Ordnung, sprach dich nicht. Ich bin wöge dich. Ich habe in Ordnung, sprach dich nicht. Was jetzt dauernd geplant highaune bin? Ja. Ich habe auch in Ordnung, sprach dich. Was ist denn das? Von hinten, von hinten! Was ist denn das? Ihr dreht durch! Jetzt geht's, Alter! Jetzt bin ich auch gestorben. Ich komme! So, ich hab jetzt Corona Stufe 3 auf Maximum mit einem Triebzeller heilen. Das wär schön. Komm her, du Kek! Bzw. öfters heilen. Alter! Warum bin ich in einer Packer? Karkade drin. Ach, der ist schon wieder da oben! Danke! Das war's! Du hast ihn gerade gekillt, der mich gerade gekillt, ja. Ach, Mann! Alter, der ist so nervig, der Dämonenkönig. Ich komme! Halber kann nichts machen. Oder, dass der mich ja, äh, abgewürgt wird. Junge, der Typ, der kämpft ja auch nur hinter seine Barriere, ne? Ja, natürlich. Das wird schon aber. Verzieh dich! Vorsicht! Hinten! Nein! Hinten! 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 Wuh! Jetzt kämpft er schon wieder da oben. Bei mir hebt ne Kla... Haftgranate fest! Ich hab's nur kurz noch mal kurz geheilt. Weil ich verrecht bin. Hinten! 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 Regenbombe, Regenbombe! Yo! Ich muss da hoch, wieder. So schnell wie möglich. Let's go! Joke, Joke, wie da gefeiten wir denn? Ja, jetzt hast du ausgelacht, ne? Wow. Lass mich nicht so leicht hinrichten. Ne, die Granate sind schon wieder an mir. Junge bei den Treffer, Alter. Die sind ganz oben, die sind alle, alle drei waren oben. Ich hab die echt gut schaden gemacht. Junge, ist der dumm. Ich hab's genau gesehen. Du bist die, die rumfliegt, gell, mit dem Good Night. Maeve. Junge, der Keck weicht auf jede Attacke von mir aus. Ey, ich erobere hier grad alles alleine, obwohl ich die ganze Zeit sterbe. Junge, ich mach grad hier echt Fies auch drauf. Oh Gott. Ja, das eine ist Camp, aber hier in der Mitte ist es dumm. Junge, ich kotzt, Alter. Ja. Ja. Ja, ich bin dort. Das ist auch gut. Ich hab den Griffüg grad voll für Schaden gemacht. Nein, es geht nicht hier direkt um Schadenmache, sondern äh, in der Mitte ist dieser Punkt. Ja, natürlich, aber ich wollte... Der muss erobert werden. Ja, trotzdem. Aber ich wollte trotzdem, dass die zum Beispiel sterben. Ja, aber dann... Können die nicht uns alle an so einen Arsch wäschen gehen? Ich bin mich auch. Nicht du, sondern die uns. Ja, keiner geht rein, Alter. Ich bin grad alleine da reingerusht. Let's go. Ah, geil, Alter. Oh mein Gott. Gott, war das geil. Aber knappe Geschichte. Das war echt knappe Geschichte. Ja, geil, aufgestiegen. Ja, ich muss noch gucken. Ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt so ein bisschen rumleckt. Ich geh mal raus und mach mal Updates, damit wir die nochmal neu starten, die PS4. Ah ja. Sky. Oh la, ich bräuchte nur noch fast 10.000, da könnte ich mir Sky kaufen. Cool. Assassin. Hallo, ich hab die ja auch noch. Stimmt ja. Hab ich ja ganz vergessen, dass ich die hab. Ich tue kurz abbrechen. Ich geh kurz ding. Ich geh mit der Gruppe raus. Entschuldigung. Ich hab die. Hey. Wie geht denn das? Kein Problem. Ah, oder so. Einfach mal haben wir auch Reno's die Gruppe voraus geschmissen. Ja, weil ich kurz auch was gucken muss bei den Champion. Und ich bin kurz kurz gestört. Einfach gekickt. Ey, ich will auch was hier haben. Let's go, next round. Ey, das Champion, den ihr noch kennt. Warra. 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 Was ist die Battle Pass-Booster? Let's go. Oder, Maureen, kennst du noch? Was, 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 was? Warra. Wir haben keinen Tank. Oh nein. Das ist scheiße. Okay, das wird eine unangenehme Runde jetzt. Tank und Heiler müssen zusammenarbeiten. Ja. Normalerweise. Normalerweise, aber wir haben ja keinen Tank. Das wird jetzt eine unangenehme Runde. Dass auch keiner von diesen Keks irgendwie einen Tank spielen kann. Die eine spielt Maive, die andere spielt Willow. Ja, okay, eine spielt auch noch Wilvian. Ja, okay. Hey, dunkler Sok bügt sie überall zu setzen Schaden zu. Cool. Ey, Pasi, erinnerst du dich noch an den hier? An die hier? Ja, guck mal, was ich hier beizauern kann. Oh. Vor allem, mach mal. Vor allem Maureen hat die einfach vergessen. Was denn? Warra. Ich spiel ja nicht. Aber einer... Das ist aber auch eine meiner Lieblings-Champions aus Paladins. Jo. Jo. Wurde von der Maestrante geschwissen. Joi. Jo. Geht gerade nicht so viel rum. Ja, genau. Was für eine unangenehme Runde wird das jetzt. It is not yet my time. It's yours. And I still want more. I do not forget. Never again. I didn't do it for you. Oh, ich weiß nicht. Ich frage mich. Junge. Aber wir kommen ja nicht mehr da oben rein oder so. Doch nee. Ja, wie sollen wir denn auch reinkommen? Also das wird los, glaube ich. Weil wir keinen Tank haben. Ohne Tank wird das ganze halt einfach nichts. Junge, Junge. Away with you. Start your purpose. Enemy killing sprain. She's not here. You need energy. Surfing. Nein, was zeige ich denn dagegen auch machen? Hallo? Bist du gerade gegen mich gesprungen? Ja, ich? Ja. Nein. Nein. Bin ich nicht. Da, wo du gestorben bist. Mir aber, ich gehe nicht gesprungen. Da, wo du gestorben bist, wurdest du gegen mich katapultiert. Alter, Viktor, der nervt so sehr. Oh ja. Oh ja. Geht mich gerade so auf den Nerv. Halt die Klappe jetzt. Sterben gerade die ganze Zeit eh nur gefällt. Die ganze Zeit, wenn ich nicht in Reichweite bin, dann kann ich nicht in Reichweite, dann kann ich nicht in Reichweite. Ich war so low, mann. Ja, moin. Wir haben gleich so verloren, weil wir nicht reinkommen. Weil wir keinen Fieber... Yo! Du wirst so weggesprayt hier. Das gibt's nicht. Ich nehm dann noch einen mit in den Tod, Alter. Weck mich. Da kommen noch unsere Mates und stauben alles ab, Alter. So... solche hässlichen, Alter. Ah, Junge. Also, ich gönne unsere Mates gar nicht. Ey, was? Warum hab ich jetzt einen Spray freigeschalten? Ne. Möchtest du wieder da, Maureen? Ja, ja, ich bin schon längst wieder da, aber... Warte, was heute? Einladung ist raus. Ich hab kein Plan mehr, was ich wollte, aber warum zur Hölle gehen die seit... Scheiß mir noch, Junge! Der, der hier rausraste, ich würde doch... Ja, was soll ich machen? Weiß? Mein Harbinger. Wara. Mein Harbinger. Ja. Androxxus. Ich check's nicht ganz. Ah, ich hab 60.000, ich könnte mir Bomber gehen kaufen. Aber extra da, für Bomber... Bomberdings da... ... zu kaufen ist doch unnötig, oder? Bomberding da! Dieser Bombermann! Dieses keine Ahnung was... Was weiß ich... Ähm... Warte! Ich spiele... Halle, ich spiele... Dass ich da weiterkomme mit Vivian... Jetzt kannst du mal bei mir oben gucken, Maureen! Jetzt... Was? Wo bist du? Was ist mit Woche? Ja, genau die! An die erinnerst du dich noch? Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich wusste, wer das war! Hab... Diesmal haben wir einen Tank! Ja, zum Glück! Und zwei Heiler! Zwei Heiler! Das ist ein anderer Heiler! Ich nicht! Nein, Pascal ist der Baum! Wir haben sogar ein Level 30er dabei! Das ist ein 30er und das ist ja süß! Ich bin Level 44! Hu! Die battle is about to beginn! Ja! 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 Das ist gut, das ist mein anderes Pferd! Ihr kleiner Angeber! Für mich ist kein Zapf! Mit Gott, das ist mein anderes Pferd! Let the battle begin Love and kill Das liebe ich Mastin Jetzt ist grad weg Mach dich mal weg kollegin hier Ich lass mal hier ein bisschen meine Attacken entsprechen Das macht doch Spaß mit der Angst um sie zu schleudern Ja Liebe Angst werfen Mir macht Spaß mit meiner Sense umherzuschlagen Ich verstehe die ganze Zeit die rechte Seite aber die sind alle so doof und kommen von der linken Seite Oder von oben jetzt Ja 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 Ich wurde gekillt von der Sniperfrau, lol. Da hat nicht gut ich mehr genug HP. Na ja, egal. Ich habe schon ganz schön abgeschlachtet. Ich habe eine 25er Strähne. Krass. Wadaa! Ob der Kill. Da haben wir Kill. Junge, wie die alle sterben. Du bist nicht willkommen hier. Du bist nicht willkommen hier. Ey, er hat einen Zerp. Ich auch. Ich auch. Ich kopf sie raus. Die haben halt mega Schutage hier. Wir sterben einfach zu schnell alle. Was ist denn Haltung? Ja man! Oh mein Gott, waren wir ein gutes Team, können wir das nicht immer haben? Ey, ich hab grad so geil in die Sente geschwungen. Ja. Alter, wie oft hab ich grad auf dich drauf geschossen. Geil geschossen, oder? Alter, was schalte ich denn gerade alles hier frei? Heieiei. Ja, wenn du schon so lange nicht mehr gespielt hast. Ja, scheint so. Ja, scheint so. Oh mein Gott, die Runde war geil. Ich würde auf jeden Fall nochmal ein bisschen Fortnite zocken, aber wir können gerne noch im Call bleiben. Nur, dass ich da gefühlt bisschen weiterkomme, weil... ...ding, weil ich da... ...ding, ihr könnt gerne auch Baradet ziehen. Alles gut. Du bist dann in der Gruppe. Vora! Jaja, nein, nein, später meine ich, ich wollte es nur gesagt haben. Vora! Ding, weil ich halt, äh... ...ding... ...dann nehm ich... ...aktiviert. Ja. The realm deserves no pity for us to have. Hämme, ich wreck this. Man kann nur einen Battle Pass Booster aktivieren. Mhm. Und den hab ich grad activated. Aber ich versteh's nicht, bei mir ist da nix angezeigt. Ich bin mal gespannt. Alter, die beiden Symbole von denen, ey, die sehen so geil aus. Hele 47. Der eine. Mhm. Aber ich bin Tank. Also ich bin auch Tank, aber ich weiß nicht, haben wir zwei Heiler? Oder was haben wir? Wir hatten doch alles von euch, nicht? Ich bin wieder mit Ohren, betäubender Stille. Das ist ein Tank. Äh, haben wir jetzt? Alles? Ne, das ist ein Tank. Du, Bish, was bist du? Ich bin Tank. Ja, 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 nein, ich... Ich geh mit dir. Du bist... Assassine. Assassine. Also Flanke. Ja. Die müsste Heilerin sein. Hä, und ich bin ein Tank und was ist das da? Flanke. Weiß ich nicht, was der Sniper ist. Ja, ich glaub Flanke, oder? Könnte sein. Schaden, Flanke? Ja, ich bin Tank. Weiß gar nicht genau, auf jeden Fall. Haben wir zwei Tanks? Ja. Ja, das weiß ich auch. Ja, aber zwei Tanks. Ja, also hatten wir doch. Ich hab mir nur da angezeigt, dass wir genug hatten. Geh mal weg, Kollege. Aber wir kriegen's auch so hin, denk ich. Das sieht voll geil aus, eigentlich. Ich brauch keine Hilfe, aber Zens. Und meine Zens leuchtet schon wieder. Der hat schon wieder richtig Bock. Jetzt wird's schon wieder ekelhaft hier an der Stelle. Oh jetzt, ja. Der Opa, der Opa in dem Gegnerteam, der ist, der Sport, der ist Tank, ja, der Opa ist Tank und dieser, äh, der große Fette. Was wollt ihr hier machen, hä? Wollt ihr Stress? Was wollt ihr hier machen, hä? Wollt ihr Stress? Ja? 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 Äh, ne. Ich hab ein bisschen Süßkram. Süßkram hatte ich ein bisschen. Süßkram hatte ich ein bisschen. Süßkram hatte ich ein bisschen. Süßkram. Um das zuvor zusammen zu kaufen, das ist ein bisschen sehr gut. Passt doch, das kann ich vielleicht nicht mehr passieren. Und da kommt der Abort, wenn man wieder hilft. Joh mein. Boah, habt ihr gesehen, habt ihr gesehen, wo ich hingeflogen bin, yo! Gänse das Ding auch, ganz. Vergeldung, ihr Pisser. Die letzte Runde nicht einmal gestorben, ne? Ja, ich wurde gerade von dem seine Ulti komplett weggeschleudert. Ich bin jetzt hier ohnehin noch nicht gestraubt, nicht jetzt. Mal schauen, wie ich noch melde. Junge! Jetzt bin ich auch noch nicht gestraubt. Das ist Paladins. Das ist so ein Abklatsch von Obermutsch. Sagt mir. Junge, die sterben die ganze Zeit. Vorsicht, hört auf uns. Die lagen da. Ach so, tschüss. Ja, ich hab kurz gedacht, den Claudi mir. Der, der da sagt. Nein, der hab ich gesagt. Ich sag dann eins auf. Die wollen gefühlt die ganze Zeit drauf. Nicht, was ist das denn? Ja, ja. Sowas verdammt. Wenn die wüssten, dass es eine Frau spielt. Ah, 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 ah. Ich hab 20er Strähne! Ich bin grad bei 30er Strähne. Ich fass bei 20er. Ich bin bis jetzt mal nicht gestorben. Ich bin bis jetzt nur einmal gestorben. Junge. Seite! Down! Easy! Let's go! Du keck! Das ist doch was...